Hier sind wir von den Siebaisen und Makos, Seil, Diva und Vandalandias. Ich bin ich ein Glückwuner, aber ich bin ich. Ich bin ich, bin ich ein Glückwuner. Ich bin ich ein Glückwuner. Und wenn ihr später, nach unserer Veranstaltung, noch ein bisschen mehr Lust auf Kötzdinger-Kultur habt, auf Nacht gibt es das Pinkster-Festspiel und um 22 Uhr ist der Fachinzug von unserem Burscht- und Wanderer-Verein, der in die Stadt zieht, das ist auch sehr schön. Ich bin alles für schon. Hey, die holen die Sohle, ich weiß nicht, das kann ich gar nicht tun. Sohle, die da ist nicht? Ja, in. Ja, die Sohle. Ja, die Sohle. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Auch das ist gespart, wenn man kein Michael sieht, wenn man in Flippen durchdann will. Und ich bitte als nächstes die Reise an Markus aus Breitenburg mit seinem Baron, 6-jähriger Hengst, in dem Ring-Eigengelicht ist die Erlöser messen 7,18 kg, zur Rätigung hat er über knapp 1,2 Tonnen. Und ich freue mich, dass wir seit Liedmann, Hermann Andreas und Heißmann weiter.